und willkommen zur neuesten folge von metro 2033 mit mir den florian und ich hoffe ihr hattet ja schönes schöne weihnachtszeit gehabt weil er war viel klasse menschen licht aus sie können die fledermäuse sehen das heißt okay da ist einer herr offizier sieht aus wie ein roter das ist ja kein gesicht ist eine maske ist ja interessant okay da kommen einige auf mich zu mache ich das also man muss echt ehrlich gesagt wirklich sagen diese tat dieser stealth kleidung bringt es nicht da war oder wäre und habe ich erwischt ich glaube das war okay ein paar leben noch so das war nummer eins gut da war keiner aber aber doch jetzt mal guten haufen von denen auf einmal erwischt ok da oben war auch noch irgendwo einer geht das da hinten irgendwo ok ich glaube dass der letzte überlebende ok ok fuck 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 ach gott man braucht wirklich diese verdammte schwere rüstung sonst klappt es nicht ok die leite runter das war mir das erste mal rein wo ich wieder wollte ok bewegung einer nach dem anderen es ist alles mit eis bedeckt passt also auf ja wir machen jetzt die gleiche die wieder wieder vor und ja haben sie ihre ausrüstung truppführer wenn ich sie von der luftschweite hole muss trete ich ihnen in den arf klare klare ich meine ich habe sie nicht vergessen herr offizier ok bringt naja die bringt natürlich wieder nichts also ich sagte wirklich die schwere rüstung holen soll dann würden wir überhaupt nicht mehr sterben aber jetzt hat jetzt ist es auch wenn wir jetzt sind wir manchmal von der rollenspieler aus sehen die glatt die schwere rüstung werde platten rüstung und wir rennen jetzt hier gerade mit stoff rum also gehen wir das noch mal durch wir haben maximal 15 minuten um die luftschleuse zu öffnen schaffen wir es nicht ziehen wir uns zur basis zurück ich habe darüber nachgedacht ob wir sie sprengen ich glaube diesmal habe ich noch sogar noch ein paar mehr erwischt ok irgendwo eigen irgendeine war hier hinten ansonsten ah what the fuck what the fuck was geht denn hier ab die leite runter ok erstmal schreit ich den typen da oben aus ich hoffe dass ich es nicht bereue dass ich den typen jetzt mal da oben erledige ok verfehlt ich glaube ich lasse es lieber ich brauche Angst wenn er runter fliegt dass ich dann das problem kriege ja dass die andere dann aufmerksam werden aber alter bin ich schnell gestorben da oben ist eine wache das wollte ich jetzt weiß vielleicht zwei da unten schalte ich die meisten ja sofort aus das ist ja kein problem da muss ich halt noch ein paar dynamit mehr werfen werfe ich halt zwei dynamits aber sicher ist sicher gehen wir das nochmal durch wir haben maximal 15 minuten um die luftschleuse zu öffnen schaffen wir es nicht ziehen wir uns zur basis zurück ich habe darüber nachgedacht ob wir sie sprengen können ok ich glaube unten habe ich alle erwischt jetzt heißt es auch von oben aufpassen ok ich glaube die sind auch noch auf der anderen seite ah cool ich kann hier wechseln weil unsere war schon etwas stärker beschädigt so da ist er äh ausempfindlichkeit for the win ok er lebt noch ok 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 komm her komm her komm her alter er schießt er bevor ich schieße bevor ich schieße ah Nummer 1 alter ist der nervig noch einer irgendwo unten ich glaube äh ich will jetzt nicht sterben weil das ding jetzt abprallt ok in anderen spielen würde ich jetzt sagen ich schieße ihn jetzt ab äh hochklettern ist hier nicht weil äh beim klettern kann ich nicht ähm so neues ding rein äh wie gesagt beim klettern kann er mich dann abschießen und das will ich nicht wo auch immer der typ grad ist wo auch immer der typ grad ist wo auch immer der typ grad ist ähm ähm ok wo ist der typ ich hab keine lust hier unten die vieh die leute zu looten während der typ da irgendwo noch rumhüpft ok ok gehen wir mal da hoch hä ohne witz lebst du überhaupt noch ah da ist er ok das klang jetzt an wie todesröcheln also haben wir das schon mal geschafft so jetzt heißt es luden und nicht zu knapp jetzt hat hier ok so Alter was geht denn ab schon wieder irgendwie ähm geht mein ding zu schnell leer ähm ja lol da waren noch viel mehr leichen wo hab ich denn die alle hin teleportiert und auf jeden fall geht mir mein sauerstoff zu schnell zu neige ok das ist schon mal ganz klar äh ist nicht mehr wie beim ersten mal das sauerstoff geht irgendwie zu fix weg ich hätte echt gedacht dass da mehr zu looten ist naja hilft alles nix aber gut dass wir den typen hier oben nicht ausgeschaltet haben weil die typen unten die kamen ja auch von hier die hätten ihn sicherlich bemerkt ok da ist wahrscheinlich ein zwei da oben drüber ok ich setze frost an äh ich glaub ja ich muss das ding austauschen sonst friert meine ein also ich muss das selber machen alleine macht das anscheinend wirklich nicht das ist doch schon mal positiv an sich aber wär ich jetzt hat hier auch ähm die glider entfohlen hochgegangen dann hätte er mich jetzt abgeknallt weil das war genau dorthin weil er genau dorthin gezielt ok da ist die leider so ok ich hab irgendeine eine maske auf wachtest du mich überhaupt bist du überhaupt ein Feind wir haben Besucher was für ein Dreckskerl ach ich weiß nicht ob das jetzt Freunde vielleicht sogar waren aber er ist tot ich konnte mit diesen Typen hier nichts anfangen ok war schön dich kennengelernt zu haben die haben einen fucking Sniper ey what the fuck ok ok wieder rein wieder rein wieder rein wieder rein ich könnte irgendwas aktivieren irgendwas könnte ich gerade aktivieren egal wir schützen uns erstmal vor den vor der Kälte laden nach und gehen wieder raus und jetzt bin ich sicher alter Scheiße fuck alter ok der ist weg wir haben wir haben Besucher äh wer ist auf das das ich weiß meine Ziels zur Hölle mit dem verdammten Funklarete ich gehe ja nicht da oben nach dem was mit dem Fettwebel passiert ist da ah äußerkampf so juhu das habe ich doch schon viel lieber ey mit einem richtig schicken Häuser Kampf Nächster Nächster gut keine Freiwilligen stirb 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 Bastard äh ein wenig höflicher wäre netter gewesen ich kann doch ich kann da nicht hoch da geht es doch weiter höher aber das reizt mich grad ich bring dich um so das da oben war ich noch nie ok hier ist ein Monster ok ich bin im Haus fuck alter ok da geh ich später hin so nächster Raum mal schauen was hier ist also momentan möchte ich sehr viele Filter haben gut da ist das frei dann machen wir mal ein Licht an brauchen wir ja sonst nicht ah hier wäre dann wahrscheinlich die Rüstung die ich momentan trage vielleicht möglicherweise wäre irgendwie auch logisch aber da geht es hoch ok hier ist alles frei hier ist noch ein wenig Money kann man nicht öffnen ok nächster Raum Puh und noch keine Monster das hat mich ehrlich gesagt ziemlich gefreut also klar wir haben jetzt hier die Flugviecher aber ich ah hier ist extra Ding wir hatten zwar die Flugviecher gehabt da war jemand da war jemand ah ok ich nehme an der ist über mir komm her so na komm her komm her aber ein feindlicher Spät ein feindlicher Spät ein feindlicher Spät in Kommen Boah, ich hätte jetzt echt Angst gehabt, dass ich jetzt wieder sterben. Na gut, noch ist es möglich. Ein Gargoyle jetzt von oben und weg bin ich. Und deswegen gehe ich gleich wieder rein. So. Okay, ich glaube auch mal, er redet gerade mit ein. Ich nehme an, er redet mehr Mutant, nicht über mich. Wow. Ja. Okay, die halten langsam hier mehr aus, muss ich euch sagen. Das ist echt hammernervig. Okay, wir gehen erstmal unten lang. So. Abgespeichert. Hier muss ich aber nicht lang, oder? M. Nein, hier muss ich nicht lang, das heißt, ich kann hier nochmal lang. Ähm, da gehe ich aber erst später hin. Ich will erstmal nach oben. Hier gibt es so viele Wege, die ich jetzt wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Aber, egal. Wir machen hier mal einen Cut. Und dann sehen wir uns dann wieder morgen zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ade. Ciao. Hier geht's mal. Ich brauch conse Opa. Wir payen hier. Wir machen sagt. Weil ich palavra��는.